Hallo Wir sind ja zu zweit Zu dritt Was sind wir zu zweit? Zu dritt? Aber ist trotzdem nicht so viel Wieso hat das blöde Arschloch da hingeschossen? Was ist das? Aha Du liebst dein Mikro, ne? Leck mich am Arsch, jetzt! Hat mir Spaß, wird quits. Ich muss den Scheiß verkehren. Ich muss den Scheiß verkehren. So, jetzt? Anluft, Mann! Ich hab mich selber weggeblasen. Ah, jetzt sind wir am Ärgerlichen. Alter, da sinds zu zweit wieder am Campen hinterher. No, no, no. Oh, man, schaes. zämt blödsinn ein scheiß warum ist der nicht betreut von meiner deppern du scheiß IMP alter die MP ist so schnell da kommst du nicht auch dagegen ein scheiß ein 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 scheiß schlauch glaub ich mach mir zuhause scharfschützen scheiße hey tommy hmm ja ja sicher an uash an uash uash an ur ahhhh ein schaes mit dem Grummen seiner Waffe weg, c'mon ich bin da so sch... ein Scheiß, das war ein bohr Heatshot ein Ohr Scheiß Ich glaube ich muss mal demnächst der andere Gang ausprobieren. Was hast du denn so? Die MP wieder oder was? Ja verschiedenes. Ich hab eigentlich von jedem einen. Ich mag nicht mehr. Woe da kumipin doch spuhand. Nicht, Alter, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ihr ekelhaften Camper ey, ihr Arschlöcher. Ah ja, wir haben den Mama gefickt und sie hat in der Musche noch kein Mehl kochen. Der Land ist wirklich aus. Hehehehe. Pfff. Pfff. Vielen Dank.